der Anfang war ja scheiße, oder? Und die Waffe auch weggenommen. Ist es nur das Gewehr oder alles weg? Nein, nein, es ist nur das Gewehr gewesen mit halt 6, 5 Schussen noch drin. Aber jetzt habe ich noch 4 Schuss da, von der 23 noch. Also praktisch, wo du immer in der Hand hältst, verlierst du dann auch. Richtig. Es geht von Tauke, das grüßen. Das passiert mich dort genauso. Ja, glaube ich. Kann ja sein, dass das jetzt so ein Bug war hier. Das glaube ich nicht. Dies war weg. Ja, vielleicht runtergerutscht oder so was. Ach so. Ja, normal müsst ihr da liegen. Guck mal, dann könnt ihr sie aufheben. Stimmt. Was hat sie gesagt? Bei Containern ist sie? Ja, hinten dran ist ein langer Container. Da hinten dran ist das Meer. Wir waren da schon mal an der Stelle. Ich sag ja, wir haben ja damals schon mal, haben uns im Busch versteckt. Ganz ziemlich am Anfang, wo wir das Spiel mal gespielt haben. Und da sind Leute an uns vorbeigelaufen und plötzlich haben nicht mit uns geredet dann. Verstehst? Und wir haben so getan, als hätten wir einmal versteckt gewesen. Okay. Weißt du nicht mehr, ne? Ne. Ja, siehst du Alzheimer. Die merken sich nur die wichtigen Sachen. Du hast ein Haus, ne? Ja. Übrigens hast du ganz viele neue Gegenden, ne? Ich zeig dir nachher mal eine Gegend, wo wir schon mal waren. Da hast plötzlich ganz andere Häuser und ganz andere Straßen, ne? Ah, ich möchte nur nicht sterben. Warum ist da schon wieder jemand? Willst du da nicht reingucken in dem Haus? Doch, aber ich... Ich guck, ob sich was bewegt hier irgendwo, weißt du? Ja, guck ich auch schon. Ah, du hast gesehen, wie aggressiv die... Naja, wenn wir ihn in der Garage vergewaltigen. Na, also ich glaube eher wie... Äh, das Spiel hängt grad. Au! Ausgeflogen. Ne, du stehst doch da noch. Da hinten rausgeflogen. Okay, wir nicht. Bei mir hat's nur ganz kurz gelackt. Ich bin drinnen. Da bleibt sie stehen. So dumm. So dumm. Guck mal, ihr steht jetzt. Jetzt ist sie weg. Okay, wir haben nie was. Das hat aber bestimmt nichts mit Lahn zu tun. Weiß ich nicht. Bei mir hat's ganz kurz gezuckt und ich bin immer noch drin. Welcher war das? UK? Hä? UK4, ne? 2018. Nee. Ach, scheiße. 2036. UK4 muss es sein. Da sind einige rausgeflogen. 4, ja. Da sind einige rausgeflogen. Da sind einige rausgeflogen. Da sind nämlich nur noch 12 Leute drin. Na, wir haben halt die beste Leitung. Da muss ich sein, dass sie nicht mehr gespeichert werden. Muss ich mal gucken. Unten 76, 70. Mal gucken. Aufs runter geht's Essen. Hältst du dich jetzt bedeckt? Achso, die sitzt die ganze Zeit nur auf dem Ding hier rum. Sie bleibt da sitzen. Okay, es geht bei mir auch runter. Also bei uns ist nichts passiert. Die haben die stärkste Leiter hier in Baden-Württemberg. Achso, für 8 Euro 30 Meter Kabel gekauft, du, aus dem Internet, du. Für 8 Euro 30 Meter? Das ist günstig. Hm? War im Sale, ja? Ja, wir haben ja auch nicht 30 Euro. Ja, gut, bei ihm hättest du 13 Euro gekostet, das andere, ne? War auch nicht viel teurer, finde ich. Für 30 Meter Kabel. War sonst noch 2. Wir wollten uns ja zweimal kaufen. Oh, ich bin weit zurückgegangen. Okay, ich bin wieder am Stein. Ja, ich würde. Ah, an dem Stein bin ich ausgerutscht, deswegen. Ah, ist der was. Bist du da? Ja. Ich würde dich irgendwo. Ah, da, ja. Guck da, dieser Stein. Da bin ich ausgerutscht. Das bin ich nicht hängen geblieben. Oh, dieser Kleine. Ja, da bin ich hängen geblieben. Okay, weiter geht's im Text. Pff, tot. Tanja bleibt in der Wiese ganz verstarkt sitzen, bis einer mal kommt. Hast du hinten wenigstens Deckung hinter dir? Die sitzt mitten in der Mitte im Feld. Ja, das kann ich nicht sehen. Bei? Bei? So, wenn ich zurückgehe. Zum Ort. Ich bin dann auch hier. Oh, was? Oh, was? Ah! Was ist denn? Oh, das Licht ist ja da an. Scheißidee mit dem Licht. Wer hat sowas gewünscht, ey. Taschen haben wir an den Lavafel bescheuert. Aber du brauchst die Small and Flashlight, ne? Jaja, du brauchst auf jeden Fall bestimmte Sachen, ne? Soll ich Licht anmachen mit dem Ding? Warte, erst mach ich mir mal. Guck mal, soll ich das tun was bewegt? Okay. Nehmen wir aus? Ja, eigentlich hutsch, hutsch, hutsch da rein. Oh, hutsch, hutsch. 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 Hutsch, hutsch, hutsch. Hutsch, hutsch, hutsch. Ich weiß das geil mit der Waffe zu zielen, weißt du das? Angeber. Das ist mein Taschenabwehr gewesen, denk dran. Du, soll ich Blue's Licht anmachen? Nee, schließlich gar nicht. Hey. Bin auch mit drin, ne? Wunderpaints, brauchst ne große Rote, ach ne, was? Alles, 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 alles. Okay, okay, ja, okay. Ne rote Mütze? X. Position ist, Munition ist wichtig, oder Waffen sind wichtig, weil ich hab jetzt nur die Pistole dabei. Trinkflasche brauchst du auch nicht mehr? Trinkflasche hab ich alles, jetzt, alles wieder dabei, ja. Bis auf die Waffe, die du eben in der Hand hattest, oder? Richtig. Einen Rotten Appel, brauchst du das? Nee, alles dabei. Rotten Appel? Okay. Okay, fertig. Das ist ein kleines Haus, finde ich. Hier? Hier war ja nicht, oder? Geht ihr eigentlich diesen komischen roten Leuchten im Turm, wo man leuchtet und ausgeht? Nehmen wir das, Markus? Nee, noch nicht. Fertig, Sir? Aua! Alter! Alter! Ich wollte die Taschlampe ausmachen. Okay, du blutest, ne, oder? Nö. Ach, nur mit Placebos. Aber überall ist die Ausrufzeichen angegangen. Ja, ist ja gut, man! Okay, ich pack's weg und ich hau ab. Tschüss! Okay, ich wollte die Taschlampe wieder ausmachen. Das ist die gleiche Knopf. Ich dachte, ich hab die Taschlampe. Naja, naja, so fängt's an. Na gut, hör auf. Das ist halt ungewohnt. Das geht jahrelang, das spielst du so. Du machst doch die Taschlampe auch mit Links mit Schuss aus, oder nicht? Aber ich schieß nicht dabei! Ja! Das ist meine Taschlampe schon aufgeladen. Scheiße, Alter! Ich hab ihm den Arsch geschossen! Boah! Ich hab ihn den Arsch geschossen! Ich hab ihn den Arsch geschossen! Ja, mach's doch! Boah, zu! Boah, zu! Scheiße, tut mir leid. Ich wollte ausmachen! Mein Sinn macht grad ne Mucke hier. Ich hör mal auf mit Bier trinken. Ohne Witze! So scheiße! Wenn man sich jahrelang an was gewöhnt hat, ey! Das hätten wir aber anders lösen können, weißt du das? Kann der Spiel vorher fragen? Wollen sie die Taschlampe ausmachen oder wollen sie schießen mit dem Knopf? Wie jetzt mal, weißt du? Das ist ja im echten Leben auch. Eine Taschlampe ausmachen wird auch gefragt. Boah, wenn ich ne Waffe habe in der Hand, dann weiß ich nicht, dass ich ne Waffe habe. Weil so viel Alzheimer haben wir noch nicht. Was? Oh, komm mal, ne. Die denken so, geiler Schütze, nur ein Schuss. Und schon muss der Tod sein, die nachher wünschen wollte. Okay, weiter. Wo bist du? Ja, hier über die Straße, ja. So kommt gleich. Oha. Da ist der Blockhütte, Dinger! Rechte Seite! Da ist der Blockhütte, Dinger! Rechte Seite! Ja. Ja. Und, du hast es gefunden? Nope. Wasserflasche. Brauchst du trinken? Ja, ich bin auch gut. Ja, ich bin auch gut. Dann geht es so, dass ich von mir die Stadt sehe. Links von mir durch den komischen Tropfen, wo ihr aufleuchtet. Mhm. Rechts von mir ist es gerade. Ja. Und dann hier ist es gerade. Gut. Dann raus und rechts. Also mach mal den Flashlight aus, weil das braucht kein Mensch. Mhm. Okay, dann raus und rechts weiter. Ja, warte. Ich tu das mal wieder weg. So, ich hab's hier entladen. So. Ja? Mhm. Weil, wer sich das sowas wünscht, eine Flashlight an den Waffen, ist bescheuert. Eben, das geht ja gar nicht. Die denken sich nur einen Mist aus, du. Das wollten wir nicht machen, sowas. Na. Er braucht den Licht und schießend leichteilig. Hast du gesehen? Der hat uns auch getroffen. Er hat kein Licht gehabt. Ja, du kannst halt noch separat noch nicht einschalten, ne? Eben, du musst immer ein Inventar rummachen. Oder halt, du schießt halt. Ja, da fehlt ein Befehlsding, ne? Einfach hier geradeaus durch, ziehst du mich ja, ne? Äh, eigentlich weniger. Runterwärts, oder? Nee, der Hochwärts. Ah, da hinten, naja, okay. Hätten noch einen Befehl dazu geben sollen, ne? Eine neue Tastatur, ne? Kommt vielleicht, kommt vielleicht noch. Ja, hätten sie gleich machen können. Bevor ich meinen Kollegen hier in den Hintern schieße. Hä, sie ist... ...hier entlang gekommen, ne? Ja, ja, sie, genau. Hier wird's schon ruhiger, genau. Und sie sieht irgendwo so'n Turm, wo blinkt. Ja, wir sind der Sache schon näher. Von dir, ach so, von dir. Waren sie bei den Holzfällerhütten gewesen? Nein. Warst du bei den Holzfällerhütten? Warum? Weil da drüben kommt ja nichts mehr, Sammy. Die große Stadt muss unten dran kommen. Ja, ist hier unten. Hier unten ist die große Stadt. Ja, ja, genau. Da sitzt sie doch. Hier im Ding. Und hinten dran, da wo's mehr... ...da wo die... ... die Hallhütte hinten ist. Hinten dran. Da ist sie. Ich weiß nicht. Ja, ja, von hinten... Räd' ich mal oben? 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 Räpassend. Aber auffassen, es können die Spieler sein. Du weißt, wie schnell das ging. Ja, ich weiß, aber kann das mit Martin�� bis dahinten bist du aber sie sind weglaufen ich habe sitzen bleiben ob ich gar nicht und davon ist die Metallhütte da weiß sie da vorne sitzt sie ja läuft sie los und zwei Meter weiter läuft sie für die Arbeit meinte erst mal erst mal ist das auch genau der Platz wo wir schon gestorben sind ich weiß dass den habe ich ja damals gemein ach so jetzt kommt Tanja hier da ist sie hinten dran in seinem Hügel da unten saß sie und hat gedacht sie ist in Sicherheit mitten auf dem Feld ach hier hinten sitzt Tanja? ja ja hier hinten am Wasser hinter ihr ist das Wasser gewesen und sie war am einen durch die Büsche sieht man sie nicht so jetzt Tanja wieder zurück das ist an der Metallhütte war schwarzehend nein nein siehst du die Metallhütte rechts von dir Tanja? rechts ist da wo der Daumen links ist nö ei nein da vorne vorne da richtig auch sie kommt jetzt noch von links von uns Marvis oh so ein Gerenne hier also sie läuft direkt in der Metallhütte Marvis ich verkündet mich noch mal kurz in den Baum da hoch bevor es hinten läuft sie was? da hinten ist sie noch? da oben steht einer ach das ist halt hier ah ok sie hat hier ja ja sie hat hier als Zombie entlar aufmacht ok ja da hinten ist sie da hinten ist sie da hinten ist sie oh fett zusammen rennen du sie mit Iso aber hier da ist diese Löffel und so irgendwo da hinten ok so jetzt haben wir uns endlich alle wieder gefunden ja juhu du brauchst du Munition Sammy? für wen denn? für was denn? für 23er nein 22er hab ich ich hab 22er Tanja was hast du noch bei dir im Gepäck? da hinten räucherts ne? wo? über die Häuser drüber geradeaus oh ja oh ja nein das ist ein Baum das ist ein Baum? ja wenn du nicht anvisierst siehst du dass es ein Baum ist ah ok also umso näher sein Auge zoomt umso schlechter sieht er ok sollen wir in Ridgemore mal kurz gucken gehen? haben die schon geschrieben? ah die haben aber ne lange Pause die Stierschaften doch nicht nachts ne? echt nicht? was? in Ridgemore mal kurz gucken gehen? ja ok ich bin ja schon in Richtung Metallhäuschen in der Form ne ne? kann man auch riechen? geht da nicht ach schaale das geht da dann willst du eigentlich bei einem Metallhäuschen? hm? was willst du denn bei einem Metallhäuschen? da ist doch nix ich sag ja nur in die Richtung hab ich ja gesagt zu dem Ort halt Bridgemore ne? ist doch das? ja ja richtig ja ja da ist die Straße aber die würde ich ja ungern durchgehen direkt also wenn dann würde da hinten läuft jemand das ist Paul hast du eigentlich hast du eigentlich äh Patronen für die Waffe wo ich dir gegeben hab von ihm? diese Schnellschussfeuer Waffe da? nein Tanja äh nein Markus ja das ist ein 60 Schuss hab ich ja 9mm 60? 60 Schuss ach die passt auch in diese kleine Waffe rein? ja das ist 9mm und wieso hast du dann diese Pistole hier dabei? weiß ich die sieht irgendwie find ich besser aus ok warte ganz kurz du weißt die hier ne? was bist du? wer bist du? ja die meinte ich ja das ist gar nicht die mit dem roten Punkt oder? nö nö ok aber das ist selber der Gecraft der so steht halt drauf ne? ja ja naja für das Spiel halt also nicht selber von den Leuten sondern vom Spiel schon das ist aber cool mit dir hat uns gelingt nein die hat mich nicht getroffen das war dann dein Schuss im Hintern ja das war nachher du lebst ja immer noch du hast ja ne kugelsichere Welt nach dem Hintern richtig das war ja Arschwacken so ausgefeucht richtig eigentlich von dir ja ich mann ich wollte mich noch entschuldigt ich wollte es nicht ausmachen ich halte dir das jetzt ein Leben lang vor ich wollte doch nur dunkel haben ich wollte es doch nur dunkel machen ich hab direkt vor die Füße geschossen weil ich hab's gesehen und hab mich selber erschrocken geh durch die Büsche du siehst wir jetzt nicht mehr also nicht schießen oh hier ist ein Gitterzaun oh ja auch Klaufe dran Waffe hängen bleibst du alter hier ist ja nur Gebüschchen und Gestrüpp was ist denn das hier Tanja bist du noch da ja da kommt Tanja so lange soll ich Tanja so dunkel ich könnte jetzt wieder ne Lampe anmachen und dafür gehen aha es geht so hell ne oder auch das mag ich schon aber die zielt nicht weit ne welche? jetzt hole ich hier die 9mm ja wieso nicht doch und ich weiß auch nicht wie hoch und wie ich hier schießen soll über den Körn weißt du weil der hat so ne so ne Schraube vorne drauf zu ziehen ne Schraube locker er dachte so das ist so ne Flügelschraube vorne drauf naja damit stellst du ein Mensch das ist ja die zum Anvisieren das ist selbstgekräftet sei du mal ne Apokalypse ja aber ich weiß nicht wie ich jetzt das anziehen würde ob der Schuss gerade in den Kopf gehen würde oder ob ich die höher haben muss oder sowas das weiß ich nicht und hat Tanja so noch Beine an Waffen ja achso hat Tanja eigentlich die H und K ja ich weiß nicht wie das ich weiß nicht wie das das ist ja dass die M19 auch das ist ja nicht du kannst ja Ich habe eine, deswegen saue ich mir den ganzen Platz dafür. Tanja, hast du so eine? Du hast doch einen riesen Rucksack dabei. Rucksack. Rucksack. Hat Tanja so eine Bandage? Hast du so eine? Auch nochmal. Also ich habe den Alkohol dazu, wenn du willst. Das Problem ist, ich habe einmal... Ja, genau. Damit kannst du es so craften. Crafte schnell. Trüben, links, ja. Medic. Medic auch so. Und deshalb, genau, anklicken und dann ziehen. Und drücken. Ja, sie kräftig gerade, hat sie sie ergeben, Markus. Okay. Ich meinte, ja. Und du brüchst dann halt, ne? Du weißt schon, was ich mir sage. Nee, lieber nicht, weil... Abklatschen. Zieht er weg? Hier sind wir noch hinten. Hier. Schön dunkel alles, he? Soll ich Licht ausmachen? Nee, ich brauche das so. Hast du, hast du, hast du... Hast du nochmal Alkohol? Ich habe noch einmal, wenn du willst. Aber ich würde dich hier hinschmeißen. Ja, doch hier vielleicht bei der Wiese. Ach, das bist du, Sammy. Ach so. Naja, dann kannst du auch mit mir machen. Ist egal. Okay, dann gib her, los. Ja, weißt du? Tanja, wache halten. Gib schnell. Wir treiben es. Ich habe dreimal. Wie spritt dich das? Also, schmeiß alle drei aus. Warum denn? Weil ich ganz viel Bandage habe dafür. Ja, hier. Hast du es? Einmal nur. Ja, also, na gut, dann kriegst du halt alles. Ich könnte aber auch schon drei machen. Ja, dann kräftig für dich hin. Dann kriegst du den Fünfer-Stick fertig. Ach, hier, nimm sie. Warte, hier, tschüss. So, was soll ich schon mit Alkohol? Trink ich nur. Essen? Jo. Hier, Achtung. Ich? Nee, Tanja hat Hunger. Du hast nicht gefragt. Also, ich bin nicht Julian. Bin hier nicht der Sozialrat, ja? Ach, das kräftet dauert er so lange. So laut. Das hörst du? Nö. Aber ich weiß es. Ach so. Auch die Tasche haben wir so laut. So, viermal habe ich jetzt die Bandagen-Alkohol. Ja. Und eine normale und fünf normale. Also, sechs normale und viermal diese mit Alkohol. Willst du die haben? Ja, ich will einen nur mit Alkohol haben. Und die tricke ich dann aus für mich. Pass auf, dann kriegst du die andere auch noch von der Tanja. Hast du Fünfer-Stick. Ja, also dann her damit jetzt. Achtung, kommt. Bitteschön. Okay, habe ich. Was soll ich jetzt von Tanja nehmen? Auch noch das. Die andere eine, ja. Und wenn jeder so eine gebrauchen könnte? Achtung, warte. Ist doch dasselbe Scheiß. Ja, aber wenn es dringend... Nö, ich musste für den drei nehmen. Der hat mich so getroffen, dass ich dreimal die normale nehmen musste. Und Tanja kriege ich jetzt normale. Muss ich geben, oder? Ähm, wie viel hat Tanja? Sechs normale. Sechs? Sechs normale? Dann kannst du mir noch eine geben. Dann hast du einen Platz nur frei. Und ich habe, ich glaube, zwei Wienerfreien mit Fünfer 3x Fünfer. Das brauchst du nicht unbedingt. Gib mir doch die drei normalen her. Äh, die eine normale. Eine normale, die hast du... Das ist auch nicht. Ah, ja. Ah, die ist immer so nah, du.